Schönheit zu erschaffen hat mich schon immer gereizt. Diese Idee hat meinen Berufswunsch bestimmt und mich auch in meiner Freizeit nie losgelassen. Schönheit, die man durch Operationen erschafft, ist die eine Seite. Aber man kann auch die natürliche Schönheit unterstützen, die jede Frau besitzt. Meine intensiven Nachforschungen führten mich zurück zum Ursprung, ans Meer. Denn die Haut braucht Feuchtigkeit, um jugendlich und vital zu wirken. Algen sind Wunderwerke der Natur. Sie sind die Basis meiner Kosmetiklinie. Dr. Knabel Avita. Schönheit ein Leben lang. Mein Anspruch an eine Pflegeserie ist hoch. Vitale Haut benötigt Vitamine und Feuchtigkeit. Stoffe, die aus dem Meer kommen, speichern Feuchtigkeit sehr effektiv. Wer Vitalität ausstrahlt, vereint Jugend und Schönheit. Und die steckt einfach in jeder Frau. Die von mir entwickelte Formel ist die Basis für ein neues Gefühl von Schönheit. Sehen Sie selbst, wie mit ausgewogenen Wirkstoffen Ihre Schönheit erhalten werden kann. Mit meinen Avita Kosmetikprodukten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 20.200 Euro After